Norddeutscher Rundfunk 2021 Du hasst Gospel. Ich verstehe nicht, warum weise Mittelstandsfrauen mit schwarzen Sklavenmusik sehen. Das ist vielleicht rassistisch. Du siehst einen Schwarzen und denkst an Gospel Sklaven von Bollefeld. Aha! Könnte der der Grund sein, warum du so gerne Gospel singst? Der ist für den Reportage für zwölfzig plus. Sex Toys für Senioren im Black High. Könnte ich ein bisschen mehr Ruhe haben? Ich werde das nie auf der Rappel weissen. Jetzt ist ein Verschluss! Sie verlassen Osterstelle das Grosslokal! Ja, sie!